Der neue Tolino Vision 3 HD, der Premium E-Reader mit dem höchsten Lesekomfort. Mit besonders hochauflösenden 300 ppi sorgt das neue Display des Tolino Vision 3 HD für ein gestochen scharfes Schriftbild und dank der hohen Auflösung können Sie auch kleinere Schriftarten besonders angenehm lesen. Leichter als ein Taschenbuch und ultraflach mit komplett planer Oberfläche. Der Tolino Vision 3 HD bietet Ihnen perfekte Handlichkeit für unübertroffenen Lesegenuss. Entspannt lesen in der Badewanne? Kein Problem. Dank Wasserschutz von HZO können Sie auch dann weiterlesen, wenn Ihnen der Tolino Vision 3 HD versehentlich ins Wasser gefallen ist. Kennen Sie Tap-to-Flip? Durch leichtes Antippen auf der Rückseite des Tolino Vision 3 HD können Sie bequem zur nächsten Seite umblättern. Perfekt, wenn Sie unterwegs nur eine Hand frei haben. Lesen Sie bis zu sieben Wochen lang wie auf Papier. Und das selbst bei strahlendem Sonnenlicht ganz ohne störende Reflektionen. Und wenn es dunkel geworden ist? Einfach die integrierte Beleuchtung einschalten und schon können Sie Ihr E-Book weiter genießen. Mit den praktischen Lesefunktionen des Tolino Vision 3 HD ist das Lesen besonders komfortabel. Wechseln Sie direkt im E-Book jederzeit die Schriftart oder vergrößern Sie in sekundenschnelle die Schriftgröße. Besonders praktisch! Mithilfe der integrierten Wörterbuch- und Übersetzungsfunktion können Sie einzelne Wörter direkt im E-Book nachschlagen oder übersetzen. Für literarischen Nachschub ist stets gesorgt. Greifen Sie via WLAN im integrierten E-Book-Shop auf über 1,8 Millionen sofort verfügbare E-Books zu und entdecken Sie Ihr neues Lieblingsbuch. Und dank kostenloser Nutzung der Telekom-Hotspots ist das deutschlandweit sogar unterwegs besonders bequem. Übrigens, bis zu 2.000 E-Books können Sie auf Ihrem Tolino Vision 3 HD speichern. Und wenn der Platz auf Ihrem E-Reader nicht mehr ausreichen sollte, können Sie Ihre E-Books sicher und kostenlos in der Tolino Cloud speichern. So haben Sie auch unterwegs und mit verschiedenen Lesegeräten jederzeit Zugriff auf Ihre E-Books. Tolino setzt auf Offenheit und unterstützt das E-Book-Standardformat EPUB. Das heißt, Sie haben jederzeit vollkommene Entscheidungsfreiheit bei der Wahl Ihres Buchhändlers und können auch die öffentlichen Leihbibliotheken nutzen. Innovative Funktionen für anspruchsvolle Viehleser. Der Tolino Vision 3 HD Tolino Entdecke die Leichtigkeit Denn die Leihbibliotheken Vielen Dank.